Hunderttausende sind auf dem Petersplatz versammelt. Der neue Papst ist noch nicht gewählt. Ein alter Erzfeind greift uns an. Sucht Professor Lengden. Er deckte eine der größten Vertuschungsaktionen in der Geschichte der Menschheit auf. Da Vinci. Doch welche grauenvolle Entdeckung würde den Vatikan bewegen, sich ihm anzuvertrauen? Die Illuminati. Die Illuminati waren ein Geheimbund im Dienste der wissenschaftlichen Wahrheit. Die katholische Kirche ordnete ein Massaker an, um sie zum Schweigen zu bringen. Jetzt wollen sie Rache. Es führt ein geheimer Pfad durch Rom. Ich brauche Zugang zu den Archiven des Vatikans. Den gibt es nur durch schriftliche Anordnung des Heiligen Vaters. Freunde, ihr wollt was von mir? Das erste Zeichen. Was für ein Zeichen? Erde, Luft, Feuer. Wasser. Und das fünfte Zeichen. Möge ihnen Gott ihre Taten vergeben. Vater Gott hat sicher weniger Probleme mit unseren bisherigen Taten, als mit denen, die noch kommen. Unsere Kirche befindet sich im Krieg. Hey! Die erste Markierung. Der Vater ist noch in Takt. Sie reden vom Augenblick der Schöpfung. Öffnen Sie die Tore und sagen Sie der Welt die Wahrheit. Hier muss es sein! Hier muss es sein! Das ist es. Das ist die Wahrheit. Illuminati. Illuminati.